Guten Tag meine Damen, meine Herren. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken bei Herrn Tuss und Herrn Limburg für die Gelegenheit, die sie mir gegeben haben, hier zu sprechen. Und ich möchte mich auch bedanken bei meiner Frau, die dafür Verständnis hat, dass ich die letzten drei Jahre einige tausend Stunden zum Klimathema investiert habe, viele hundert Veröffentlichungen gelesen habe. Und von mir kriegt sie dafür einen großen Applaus. Ja, mein Thema ist die Berechnung absoluter Temperaturen mit dem konvektiv-adiabatischen Modell. Entschuldigung, ist kein Covid. Ja, okay, man muss genau eine Sekunde drücken. Nochmal. Okay. Also, ich fange mit der Zusammenfassung an, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Das könnte helfen. Dankeschön. Also, die Temperaturentwicklung seit dem Ende der kleinen Eiszeit korreliert nicht mit dem CO2-Anstieg. Das wissen wir alle. Die Geschichte des konvektiv-adiabatischen Modells zeigt, dass bereits vor 150 Jahren die Ursache für die Temperaturgradienten in den Planetenatmosphären bekannt war. Mit diesem Modell, dem konvektiv-adiabatischen Modell, versuchte Karl Sagan 1960 die Temperatur auf der Venus zu berechnen. Er ist gescheitert, weil die damaligen Schätzungen zu Atmosphärendruck und Temperatur falsch waren. Es gab damals noch keine Satelliten, die zur Venus geflogen sind. Und weil er es falsch berechnet hat und von sich so überzeugt war, dass eine Rechnung ja nicht falsch sein kann, hat er postuliert, dass es einen galoppierenden Treibhauseffekt auf der Venus geben muss. Der Begriff hält sich bis heute bei den Klima-Alarmisten, obwohl man mit dem exakt dem Modell, das er verwendet hat, mit den richtigen Werten für den Atmosphärendruck die richtige Temperatur rausbekommt. Für die Berechnung der Temperatur der Erde ist das im Allgemeinen nicht so einfach möglich, aber es klappt für die konstanten Verhältnisse am Äquator, wie ich zeigen werde. Der Treibhauseffekt durch CO2 wird durch große Gebiete mit Temperaturinvasionen und unter dichten Wolken abgeschwächt. Das ist jetzt nicht exakt das Thema des Titels, aber ich glaube, das ist ganz interessant, weil das eine Ergänzung ist zu dem, was Will Hepper gestern gesagt hat. Rückkopplungen durch Wasserdampf, durch die erst die große Klimasensitivität möglich wird. Die können in Summe nicht positiv sein, sonst wäre das Klima instabil. Ja, für meine Arbeit habe ich keine neue Theorie entwickelt. Ich habe einfach nur sehr gründlich recherchiert und Theorie und Messwerte abgeglichen. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Grund für die Motivation meiner Arbeit. Ja, wie Sie hier sehen, ist die Temperatur von 1910 bis 1940 um ein halbes Grad gestiegen und von 1990 bis 2020 ebenfalls um ein halbes Grad, auch in 30 Jahren. Und der CO2-Anstieg war in den letzten 30 Jahren siebenmal so hoch wie 1910 bis 1940. Und diese Anmerkung hier über den IPCC-Bericht von 2013, eine Verdoppelung des CO2-Gehalts führt mit 85% Wahrscheinlichkeit zu einer Temperaturerhöhung von 1 bis 6 Grad. Also mit 5% Wahrscheinlichkeit sogar noch weniger, mit 10% Wahrscheinlichkeit höher. Das zeigt, dass die es nicht wissen. Ja, das sind grobe Schätzungen, die mit dem falschen Einsatz von Rückkopplung zu tun haben. Ja, und die Fußnote dazu... Die Fußnote dazu, ja, lesen Sie sich das durch, das ist die beste Übersetzung aus dem Englischen, um es nicht zu verfälschen. Es ist ein schwurbeliges Deutsch. Ich konnte es nicht besser. Aber es heißt im Prinzip, was wir auch immer sagen, die Modelle stimmen nicht mit Messungen überein. So, jetzt habe ich doch ein Problem mit der Präsentation. Könnten Sie das so einstellen, dass das seitenweise vorwärts geht? Weil ich nämlich Textblöcke gemacht habe, die aber in der falschen Reihenfolge kommen. Geht nicht? Ach so, weil ich das selber machen müsste. Okay, Entschuldigung. Ja, versuchen wir es. Das konvektiv-adiabatische Modell beruht natürlich auf den Adiabatengleichungen von Poisson, die er vor ungefähr 200 Jahren aufgestellt hat. Und das ist die Gleichung, die ich mehrfach verwende. Die Temperatur ist proportional zum Druck, hoch einem Exponenten. Und in dem Exponenten steht Gamma, das ist das Verhältnis der Wärmekapazitäten eines Gases bei konstantem Druck, zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Wenn der Druck zunimmt, nimmt auch die Temperatur zu. Diese Formel hat dann William Thompson, besser bekannt, unter seinem Adelstitel Lord Kelvin, verwendet. Er hat die Atmosphäre beschrieben und hat geschrieben, die Temperatur in einem Stadium des konvektiven Gleichgewichts, wie es in der Atmosphäre herrscht. Und da gelten eben die adiabatischen Gleichungen. Er hat dann noch überlegt, ob die Temperaturänderung mit der Höhe, die man damals natürlich auch gemessen hat, und die niedriger ist als der trockenadiabatische Gradient, der sich direkt aus der Formel ergibt, ob diese geringere Temperaturerhöhung mit der Höhe mit Strahlung zusammenhängt. Und dann hat er auch noch geschrieben, nein, das stimmt nicht. Er hat geschrieben, die Erklärung von Dr. Schuhl ist korrekt, dass die Kondensation von Wasserdampf in der aufsteigenden Luft der Hauptgrund dafür ist, dass die Temperaturabnahme so viel geringer ist, als man in trockener Luft erwartet. Dann kommen wir zu einem der Physiker, der leider extrem unbekannt ist, obwohl er zum drittwichtigsten Physiker aller Zeiten nach Einstein und Newton gewählt wurde. Er hat mit seinen Theorien und seinen Büchern die kinetische Wärmeteorie begründet, die Regelungstechnik und die Theorie der Elektrodynamik. Und Einstein hat sich in seinen Aussagen auf Maxwell berufen, die Relativitätstheorie ist letztlich die Weiterentwicklung der Theorie der Elektrodynamik von Maxwell. Außerdem hat er nebenher noch die Farbfotografie erfunden. Das ist ganz interessant. Ja, und würden die Treibhaustheoretiker seine Arbeiten kennen und verstehen, gäbe es keine Klimahysterie. Aus seinem Buch Theorie der Wärme. Da steht ein Satz drin, der manchmal von den Alarmisten zitiert wird, nämlich, dass die Gravitation in einer ruhenden Gassäule keinen Einfluss auf das thermische Gleichgewicht hat. Eine ruhende Gassäule ist isoterm, da herrscht überall die gleiche Temperatur. Aber er sagt im nächsten Satz, das ist keinesfalls anwendbar auf die Atmosphäre, in der die Sonnenstrahlung, das thermische Gleichgewicht stört und ständig Luftmassen von einer Höhe auf eine andere gehoben werden. Und dann sagt er weiter, dadurch besteht ein konvektives Gleichgewicht der Wärme, in dem nicht mehr die Temperatur konstant ist, sondern die Energie. Und das, was in Klammern steht, das ist meine Erklärung, die Höhenenergie plus die kinetische Energie sind konstant. Und dann verwendet er natürlich wieder die Adiabatengleichung. Also der Energieerhaltungssatz bedeutet in der Atmosphäre, dass Moleküle, die nach oben steigen, an potenzieller Energie gewinnen und an kinetischer Energie verlieren. Das ist wie mit einem Stein, den Sie in die Höhe werfen. Der hat zunächst mal kinetische Energie und die wird immer weniger, er gewinnt aber an Höhenenergie. Und wenn er runterfällt, genau das Gleiche. Und so ist es mit den Molekülen in der Atmosphäre auch. Das ist das konvektive Gleichgewicht. In der Atmosphäre muss man das dann noch ergänzen, um die Phasenübergänge, die eben dafür sorgen, dass, wenn Wasserdampf drin ist, der dann kondensiert, der Temperaturgradient niedriger wird. Jetzt brauchen wir noch das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das mache ich jetzt ganz schnell, weil das gestern schon erklärt wurde, die abgestrahlte Leistung ist eine konstante Sigma, die Stefan-Boltzmann-Konstante, mal die Fläche, von der abgestrahlt wird, mal die Temperatur hoch vier. So, jetzt benötigen Sie nur noch die Daten zur Zusammensetzung der Planetenatmosphären und Sie können die Planetentemperaturen selbst berechnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, ich habe noch ein paar Minuten. Ich helfe Ihnen noch ein bisschen. Ich sage vorher noch etwas über Karl Schwarzschild, der gestern auch zitiert wurde von Will Happer. Wer ein Genie war, er hat nämlich die Feldgleichungen von Einstein gelöst. Nicht Einstein selbst. Und er hat 1906 einen ganz wichtigen Artikel auch geschrieben über das Gleichgewicht der Sonnenatmosphäre, das auch gerne zitiert wird von den Alarmisten. Es gilt das Strahlungsgleichgewicht in der Sonne, also gilt es auch in der Erde. Ist aber falsch. Er schreibt da nämlich am Anfang, in einem längeren Absatz, über die Erdatmosphäre. Im Vordergrund der Betrachtung stand bisher allgemein das sogenannte adiabatische Gleichgewicht, wie es in unserer Atmosphäre herrscht. Wenn sie von auf- und absteigenden Strömungen gründlich durchmischt ist. Er ist also ein weiterer Kronzeuge für die Richtigkeit des konvektiv-adiabatischen Gleichgewichts in der Atmosphäre. Hier ist der nächste Karl. Karl Seigen. Den kennen manche von Ihnen vielleicht als Science-Fiction-Autor, als Host von TV-Shows in den USA. Er war sehr medienaffin. Manche sagen Publicity-geil. Also quasi der Vorgänger von Exakt. Exakt. Gut. Er hat über die Venus einen Artikel geschrieben. Und ich glaube, das kommt im nächsten Textblock. Ich lasse das mal lieber jetzt. Sorry. Er hat über die Venus sich informiert. Aber zu der Zeit gab es noch keine Venus-Sonden. Das waren indirekte Messungen von der Erde aus mit Mikrowellen und so weiter. Die waren nicht besonders gut. Er hat zwar das konvektiv-adiabatische Gleichgewicht angenommen, was richtig ist. Aber er hatte eben falsche Werte, die er eingesetzt hat, in die Gleichung. Deswegen kam das Falsche raus. Und deswegen hat er gesagt, es muss einen galoppierenden Treibhauseffekt geben, damit es aufgeht. Damit man auf eine Temperatur kommt, wie sie gemessen wird. Diesen galoppierenden Treibhauseffekt hat er auch für die Erde prophezeit, falls es sich um ein bis zwei Grad aufwärmen sollte. Heute wird das Kipppunkt genannt. Und er wusste nicht, dass dieser Punkt, dieser Kipppunkt im Atlantikum vor 5000 Jahren und auch in der letzten Warmzeit, in der eben Warmzeit, als es Flusspferde am Oberrhein gab, überschritten war. Ja, und seine Fehler halten sich leider bis heute. Das hat jetzt auch ein bisschen damit zu tun, dass ich natürlich einen Windows-Rechner habe. Und das, glaube ich, jetzt auf einem Apple läuft, dass das so ein bisschen durcheinander geht. Ah ja, dann kommen wir zu Syukuru Manabe, der den Nobelpreis bekommen hat für seine Klimaforschung. Das ist die wichtigste Grafik aus seinen Arbeiten. Ich erkläre das mal kurz. Er hat mit dem Strahlungsgleichgewicht die Temperatur in Abhängigkeit des Drucks, was man umrechnen kann, in Höhe berechnet. Und die Kurve, die er mit dem Strahlungsgleichgewicht rausbekommt, das ist die hier, die da ganz unten ist und die dann bei 350 Kelvin, glaube ich, ne, bei 333 Kelvin aufhört. Also über 50 Grad über dem, was man misst als Erdmitteltemperatur. Und deswegen hat er gesagt, okay, das stimmt jetzt nicht so ganz. Dann machen wir eben eine Korrektur, eine konvektive Korrektur. Und er hat selbst geschrieben, man muss wissen, wie die konvektive Korrektur einige der unrealistischen Ergebnisse des Strahlungsgleichgewichts korrigiert. Und das heißt eben, man kann mit dem Kohlendioxid-Treibhausmodell keine absoluten Temperaturen berechnen. Und weil das nicht geht, sagen uns diese Klima-Alarmisten, darauf kommt es ja gar nicht an. Wir müssen ja nur die Klimasensitivität berechnen. Also was passiert, wenn sich CO2 verdoppelt? Und warum sollten Sie das eine können, wenn Sie das andere nicht können? Jetzt kommen wir zu einer nicht ganz so alten Arbeit, nämlich aus 2012 vom NASA Astrobiology Institute. Die berechnen Temperaturen in erster Linie auf Exoplaneten, also außerhalb des Sonnensystems. Haben aber auch Temperaturen berechnet für alle Planeten in unserem Sonnensystem. Und die sagen in ihrer Arbeit, im Prinzip das gleiche wie man habe, Strahlungsgleichgewichtsmodelle neigen dazu, Regionen in der Troposphäre zu haben, in denen Konvektion stattfinden sollte. Aber dieser Prozess ist nicht in die Modelle integriert, aber Teil der wesentlichen Physik der Planetenatmosphäre. Daher vernachlässigen Strahlungsgleichgewichtsmodelle die physikalischen Grundlagen der thermischen Struktur. Und dann verwenden Sie natürlich auch die adipatische Gleichung. Sie ergänzen die um einen Faktor Alpha, der steht dann für die Kondensation in den Planetenatmosphären. Das hängt dann davon ab, was wir in den Planetenatmosphären haben an kondensierbarem Material. In der Venusatmosphäre ist das Schwefelsäure. Und interessanterweise hat den Faktor 0,8 hier für Alpha auch Carl Sagan verwendet. Also da war er nicht so schlecht. Das ist dann die Kurven, die Sie rausbekommen. Sie sehen hier die Temperatur aufgetragen über dem Druck der Atmosphäre, dass man auch wieder in Höhe dann umrechnen kann natürlich. Hier bei etwa 0,1 bis 0,15 bar ist die Tropopause. Oberhalb der Tropopause gilt das Strahlungsgewicht, aber eben unterhalb nicht mehr. Unterhalb gilt das konvektiv-adiabatische Modell, was Sie dann für alle Planeten angewandt haben und zu den richtigen Ergebnissen auch kommen. Das Strahlungsgleichgewicht an der Wolkendecke, mit dem Stefan Boltzmann gesetzt, das sagt einem, wie viel tatsächlich dann in der Atmosphäre, also in den Wolken, hängen bleibt. Und von da rechnen Sie runter bis zum Boden mit dem konvektiv-adiabatischen Modell. Interessant ist auch der Jupiter. Ja, der hat ja eine Atmosphäre aus im Wesentlichen Wasserstoff und Helium, definitiv keine Treibhausgase und der wird im Inneren etwa 10.000 Grad heiß. Der wird sogar so heiß, dass der Wasserstoff da metallisch wird und der Druck so hoch ist. So, jetzt kommt meine Rechnung, eine vereinfachte Rechnung für die Venus. Ich will Sie nicht mit jedem Detail nerven. Wie mache ich das? Also interessant ist die Venus deshalb für die Anwendung des Modells, weil durch die geschlossene Wolkendecke und durch die hohen Windgeschwindigkeiten das alles sehr ausgeglichen ist. Es gelten quasi überall auf der Venus die gleichen Temperaturen, ohne große Unterschiede, ganz anders als auf der Erde. Deshalb kann man Vereinfachungen machen, die ich natürlich gemacht habe. Interessant ist auch, dass die Reflexion der Venus sehr hoch ist. Das ist ein Bild. Er scheint weißlich, gelblich. 77 Prozent der Sonnenstrahlung werden reflektiert. Dann wissen wir, dass oberhalb der Atmosphäre, oberhalb der, Entschuldigung, oberhalb der Wolken etwas absorbiert wird vom Kohlendioxid. Die Atmosphäre besteht ja zu fast 97 Prozent aus Kohlendioxid. Da habe ich jetzt einen Wert von 1 Prozent angenommen. Bei der Erde sind es oberhalb der Tropopause 2 Prozent. Da ist das Ozon aktiv und das ist da meines Erachtens stärker als das Kohlendioxid bei der Venus. Dann kann man die effektive Intensität der Sonnenstrahlung, die in den Wolken absorbiert wird, ausrechnen. Eben das, was oberhalb absorbiert wird, abziehen, die Reflexion abziehen und dann durch vierteilen, also Kugelfläche durch Kreisfläche und dann kommt man auf 145 Watt pro Quadratmeter. Eingesetzt in die Stefan-Boltzmann-Gleichung ergibt es eine Temperatur von 225 Kelvin, ungefähr minus 50 Grad. Und bei der Temperatur ist die Schwefelsäure gefroren. Man hat es mit Schwefelsäurekristallen zu tun, die haben eine sehr hohe Emissivität, Absorptivität und das macht es auch wieder einfacher, die Vereinfachung anzuwenden. Das ist jetzt schön bunt und ich erkläre das kurz, man hat die Wolkenoberkante mit drei verschiedenen Methoden gemessen. Das sind einmal die Kreuze hier, dann diese Rauten und das ist ein Wort, das ich gar nicht gerne in den Mund nehmen raute. Und hier die Kreise und hier sind 220 Kelvin, da 230, also die 225 Kelvin, die stimmen ganz gut für die Temperatur der Wolkenoberkante. Die Autoren dieses Artikels, die diese Messungen ausgewertet haben, die sagen auch, die Venus-Atmosphäre wird von oben beheizt. Also nicht so, wie die Klima-Alarmisten sagen, ja es kommt zwar nur wenig unten an, aber weil die Atmosphäre nur aus Kohlendioxid besteht, kommt nichts mehr raus. Das ist falsch. Sie können es ja auch nicht berechnen. So, jetzt haben wir die Temperatur der Wolkenoberkante, aber wir wollen ja die Temperatur unten haben. Dann rechnen wir das Gamma aus, was sich aus der Atmosphärenzusammensetzung ergibt. Das ist ziemlich genau 1,3. Und dann nehmen wir den Korrekturfaktor 0,8, wie ihn die NASA verwendet und auch der Sagan schon verwendet hat, setzen das in die Gleichung ein. Und wir bekommen 463 Grad Celsius raus. In meinem Buch ist es noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, da können Sie das genauer nachlesen. Die NASA hat ein Grad höher gemessen. Das ist natürlich auch eine gewisse Schätzung. Das geben die in ihrem Factsheet an. Also stimmt die Rechnung. Es wurden Vereinfachungen gemacht, natürlich. Der Korrekturfaktor ist nicht konstant genau genommen über die gesamte Dicke der Venusatmosphäre, über die 65 Kilometer, weil die Kondensation nicht in jeder Höhe die gleiche ist. Und die Absorption der Sonnenstrahlung beginnt etwas oberhalb der Wolken und setzt sich in den Wolken natürlich fort. Das müsste man genauer rechnen. So hat es die NASA gemacht. Aber die Fehler scheinen nicht groß zu sein und kompensieren sich etwas. Wie gesagt, die Treibhaustheoretiker kommen nicht mal in die Nähe eines plausiblen Ergebnisses. Ja, und die Quintessenz ist, gäbe es einen zusätzlichen starken Treibhauseffekt durch Kohlendioxid auf der Venus, wäre der Temperaturgradient und die Temperatur an der Oberfläche viel höher als die gemessenen Werte. Aber was sagen die Klima-Alarmisten? Ich lese das jetzt nicht im Detail vor. Ich erwähne die führenden Klimawissenschaftler Deutschlands. Rahmstorf, Schellenhuber, Lesch. Sagen im Prinzip alle das Gleiche. Besonders schön ist eigentlich das vom Lesch. Das Video muss man sich mal anhören. Eine Atmosphäre aus reinem Kohlendioxid, da ist ja wohl klar, was vor sich geht. Treibhauseffekt. Galoppierend kann ich da nur sagen. Theatralisch. Da kommt überhaupt nichts raus. Natürlich steht beim Umweltbundesamt und auf vielen Webseiten der gleiche Quatsch. Aber wer im 21. Jahrhundert noch von einem galoppierenden Treibhauseffekt auf der Venus spricht, kennt die aktuelle Literatur vermutlich nicht, um es freundlich zu formulieren. So, dann habe ich mir noch den Spaß gemacht auszurechnen, was passiert, wenn ich die Venus-Atmosphäre durch Stickstoff und Sauerstoff und 1% Argon austausche, wie auf der Erde. Ja, dann bekommt man das Gamma von 1,4. Ich habe den Korrekturfaktor 0,8 beibehalten und habe auch den Druck reduziert, weil Stickstoff und Sauerstoffmoleküle leichter sind als CO2-Moleküle. Ich habe da nur noch 61 Bar Druck auf der Oberfläche statt 92. Albedo und Sonnenintensität habe ich auch gleich gelassen. Und das Ergebnis ist eine Temperatur von 619 Grad, also 150 Grad höher. Wenn die Venus keine CO2-Atmosphäre hätte, sondern genauso viele Moleküle, Stickstoff und Sauerstoff, wäre die Temperatur 150 Grad höher. Und warum habe ich daran keinen Zweifel? Weil die Rechnung eben für alle anderen Planeten auch stimmt mit ganz anderen Atmosphärenzusammensetzungen. So, für die Erde kann man diese Rechnung leider nicht so einfach machen. Die Erde ist viel zu kompliziert. Die Temperaturunterschiede zwischen Antarktis und Sahara sind permanent 100 Grad oder sogar mehr. Die Temperatur verändert sich zwischen Tag und Nacht. Und dann verändert sich auch noch die Wolkenbedeckung. Dann haben wir die Ozeane. Es geht nicht. Das geben sogar manche Treibhausteoretiker zu. Der Harris ist einer von denen und der hat gesagt, berücksichtigt man all diese Ungewissheiten, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Klimamodelle akkurate Beschreibungen dieser Prozesse enthalten. Hat er völlig recht. Denn die Erde wird von oben über die Absorption der Sonnenstrahlung in den Wolken und von unten über die Wasser- und Erdoberfläche erwärmt. Und das ist extrem variabel. Weil das so variabel ist, sollte man es aufgeben. Ich gebe nicht so schnell auf. Denn am Äquator sind die Verhältnisse sehr konstant. Da gibt es keine großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Da gibt es auch keine im jahreszeitlichen Rhythmus. Und die Wolkenbedeckung ist konstant hoch. Das ist hier auch ein Bild von der NASA. Ausgewertet von der Colorado State University. Hier ist der Äquator und das Weiße zeigt eine Wolkenbedeckung, die in manchen Gebieten fast 100% ist übers Jahr. Da ist es sehr niedrig. Das sind die Seychellen. Kann ich sehr empfehlen. Da war ich und da habe ich auch noch eine Rechnung gemacht für. Aber ansonsten ist am Äquator extrem hohe Wolkenbedeckung, extrem hohe Temperaturkonstanz. Da kann man es mal versuchen. So, das habe ich gemacht. Ich gehe jetzt auch nicht auf jedes Detail ein. Ich habe nämlich bloß noch eine Minute. Ach nee, ich kriege noch die Viertelstunde von Herrn Limburg. Okay. So. Die Intensität. Einfache Geometrie. Ja, Wolkenreflexion. Und dann kann man ausrechnen, was bleibt in den Wolken hängen. Das sind diese 228 Watt pro Quadratmeter. Nee, Herr Limburg hat mir gesagt, ich habe es eine Viertelstunde noch, die ja jetzt kommen würde. Ja, jetzt kennen wir ja Herr Limburg mit seiner Viertelstunde. Nee, hier war eine halbe Stunde eingestellt. Herr Limburg. Okay, danke. Wäre jetzt blöd an der Stelle aufzuhören. Gut. Ach nee, ich habe es nicht mit Herrn Limburg diskutiert, sondern mit Herrn Müller. Entschuldigung. Der hat es gesagt. Gut. Ich mache es ein bisschen schneller. Ja, wir haben die Temperatur der Wolkenoberkante. Dann schauen wir uns an, wo liegt die? Die liegt bei 8,4 Kilometer. Dann schauen wir uns noch an, was ist die Lapse Rate, also der Temperaturgradient. Da gibt es auch eine Veröffentlichung aus Ostafrika. Das liegt dann zwischen dem Temperaturgradienten, den wir in Mitteleuropa haben und dem feuchtadiabatischen Gradienten von 5 Grad pro Kilometer. Und wenn ich das dann einsetze, dann komme ich auf eine Temperatur von 27 Grad Celsius. Sind natürlich wieder ein paar Vereinfachungen gemacht worden, die kann man alle nachvollziehen. Und was misst man? Man misst 27 Grad im Mittel bei den Inselgruppen am Äquator, sowohl für die Wassertemperatur als auch für die mittlere Lufttemperatur. Aber es liegt jetzt nicht nur an den Ozeanen und deren Speicherfähigkeit, dass das da so konstant ist und übereinstimmt. Ich habe auch mal die Grafik von Manaus in Brasilien mir angeschaut. Von der NASA GIS Webseite 27 Grad bis ungefähr 1980, dann steigt es an, weil die Einwohnerzahl von 300.000 auf 2,2 Millionen zugenommen hat. Auch hier liefert also die Rechnung mit dem konvektiv-adiabathischen Modell das richtige Ergebnis. Das mache ich jetzt richtig kurz. Ich habe das Strahlungsgleichgewicht angewandt auf die Verhältnisse der Seychellen, habe für die Reflexion vom Sand 40 Prozent angenommen. Die Absorption in der gesamten Atmosphäre ist dann ein bisschen höher. Stefan-Boltzmann-Gesetz ergibt mit der effektiven Einstrahlung 52 Grad Sandtemperatur. Wenn man jetzt noch eine Gegenstrahlung von der Atmosphäre dazunehmen würde, so wie es das Treibhausmodell des IPCC macht, kommt man auf 94 Grad. Bei der Temperatur werden meine Füße verdampft. Ich habe sie noch, also können die 94 nicht stimmen. Die 52 entsprechen ungefähr dem, was ich gemerkt habe. Es war heiß, aber gerade noch erträglich. Man kann sich auch Temperaturen in der Vergangenheit anschauen. Das ist zum Beispiel ein Phänomen, was viele sich nicht erklären können, dass es vor 65 Millionen Jahren ungefähr 10 Grad heißer war. Der CO2-Gehalt war der gleiche wie heute. Aber der Sauerstoffanteil war wesentlich höher, das weiß man aus Bernstein-Untersuchungen. Wenn man durch den höheren Sauerstoffgehalt der Atmosphäre rechnet und mit der adiabatischen Formel, ergibt sich um eine 11 Grad höhere Temperatur. Das passt also auch. Die Rechnung passt auch für das Paradoxon der schwachen jungen Sonne, das Faint Young Sun Paradox. Vor vier Millionen Jahren war die Sonne wesentlich schwächer. Das ist die relative Sonnenintensität, eins ist heute und vor vier Millionen Jahren war es ungefähr 30 Prozent schwächer. Und da hätte die Erde gefroren sein müssen, ein Eisball. Aber man weiß aus geologischen Untersuchungen, dass sie das nicht war. Die war wahrscheinlich sogar 30 Grad wärmer als heute. Wie kann man sich das erklären? Man weiß aus den geologischen Untersuchungen auch, dass es wesentlich mehr Stickstoff in der Atmosphäre gab. Zwei bis drei Bar. Und wenn man das dann einsetzt in die Rechnung, kommt man auf 41 Grad, also ungefähr 26 Grad mehr als heute. Passt auch. Es gibt Erklärungsversuche mit Treibhausgasen. Das hat Carl Sagan schon versucht mit Ammoniak. War falsch. Man bräuchte, ich weiß gar nicht wie viel CO2 in der Atmosphäre, aber das konnte man auch nicht nachweisen, dass es diesen CO2-Gehalt gegeben hätte. Man hat bisher keine Erklärung, aber so kann man es sich erklären. Die Grafik haben Sie gestern schon gesehen. Mit dem CO2-Trichter in der Sahara und mit dem CO2-Buckel in der Antarktis. Und das kann ich abkürzen deshalb, ich gebe Ihnen nur noch die Erklärung für den CO2-Buckel in der Antarktis. Warum in der Antarktis eine CO2-Zunahme, so wie es Will Hepper gestern gesagt hat, zu einer weiteren Abkühlung der Antarktis führt. Wegen der Temperaturinversion über große Gebiete der Antarktis, die im Sommer, und Sommer ist da von April bis September bis zu 20 Grad beträgt. Also hier ist die Temperatur über der Höhe aufgetragen, bis zu 200 Meter Höhe. Und wenn man 200 Meter höher ist, misst man im Sommer 20 Grad mehr. Bei uns würde man 2 Grad weniger messen. Und diese Temperaturinversion, die ist permanent in der Antarktis. Weniger natürlich im antarktischen Sommer. Dafür ist dann bei uns in der Nordhalbkugel Winter. Und wir haben in der Arktis eine Invasion. Es gibt zusätzliche Inversionsgebiete über kalten Ozeanen vor Kalifornien. Das ist da ganz bekannt. Mark Twain hat mal gesagt, der kälteste Winter, den er je erlebt hat, war der Sommer in San Francisco. Da haben sie unten wirklich kalte Temperaturen. Ich habe da leider auch leben müssen eine Zeit lang. Und 100 Meter höher wäre es deutlich wärmer. Ja, und diese Temperaturinversion, die gibt es auf einer ziemlich großen Fläche von ungefähr 30 Millionen Quadratkilometer permanent. Und ich glaube, das fehlt in allen Klimamodellen der Treibhaustheoretiker. Ich habe eine Arbeit gefunden im IPCC-Bericht von 2013. Ja, da steht Arctic Winter Warming Amplified by the Thermal Inversion. Ja, was falsch ist. Und deshalb ist sie in den Folgeberichten auch nicht mehr drin. Ich glaube, Will Hepper hat auch was zu den Wolken gesagt, wie die sich auswirken. Also hier wieder eine Kurve bei klarem Himmel, CO2-Trichter, Ozontrichter, Wasserdampf und hier auch Wasserdampf. Und die untere Kurve hier, die zeigt beim CO2 einen kleinen Buckel und auch beim Ozon. Ja, das ist über einer Gewitterwolke aufgenommen worden und da spielt also das CO2, das drunter ist, überhaupt keine Rolle. Und das bestätigt auch Richard Linsen in seinem Artikel on Climate Sensitivity. Ja, wir haben also keine Erwärmung durch CO2 bei klarem Himmel, falls keine Bodeninversion stattfindet. Und das trifft nur auf ungefähr ein Viertel der Erdoberfläche zu. Und es gibt eine Abkühlung durch CO2 in den Invasionsgebieten und kaum einen Einfluss, wenn hohe optisch dicke Wolken vorhanden sind. Kommen wir noch ganz kurz zu den Rückkopplungen. Da muss ich die NASA wirklich zitieren, diesmal im Negativen. Die schreiben auf ihrer Webseite bei NASA-GIS, Goddard Institute for Space Studies. Zunehmender Wasserdampf führt zu wärmeren Temperaturen, wodurch mehr Wasserdampf in die Luft aufgenommen wird. Erwärmung und Wasseraufnahme nehmen in einem ständigen Kreislauf zu. Ja, ein Teufelskreis. Wer stoppt den? Wer stoppt den? Die Klimamystiker, der Papst. Ja, das macht keinen Sinn. Diese positive Rückkopplung macht keinen Sinn. Systeme mit positiver Rückkopplung sind instabil. Unser Klima ist aber ziemlich stabil seit 10.000 Jahren mit nur geringen Veränderungen, die von natürlichen Einflüssen kommen. Richard Linsen hat auch das bestätigt. Alle Modelle stimmen in Bezug auf positive Rückkopplung überein. Und alle Modelle stimmen mit den Beobachtungen überhaupt nicht überein. Die positive Rückkopplung ist wissenschaftlich unhaltbar. Man kann sagen, ja, vielleicht gibt es eine gewisse positive Rückkopplung durch Wasserdampf, aber dann muss es gleichzeitige und stärkere negative Rückkopplungen geben. Sonst wäre das Klima instabil. So, das sind meine Schlussfolgerungen. Die Strahlungsmodelle entstanden in Folge falsch interpretierter Messungen. Sie sind unphysikalisch. Sie können absolute Temperaturen nicht berechnen. Mit dem Strahlungsgleichgewicht an der Wolkendecke und dem konvektiv-adiabatischen Modell kann man absolute Temperaturen für die meisten Planeten richtig berechnen. Für den Mars nicht, weil er keine dichte Atmosphäre hat. Kohlendioxid spielt für die Energiebilanz der Atmosphäre keine Rolle unter hohen dicken Wolken und in Inversionsgebieten führt eine Zunahme von Kohlendioxid zu einer versteigten Kühlung. Die positiven Rückkopplungen machen jedes System instabil und deshalb müssen sie in der Atmosphäre in Summe negativ sein. Jetzt gebe ich eine Schätzung ab, weil das einige der Vortragenden hier auch gemacht haben. Was passiert, wenn sich das CO2 verdoppelt? Ich sage, die Temperatur erhöht sich um weniger als 0,5 Grad. Und dann zitiere ich noch Watzlaff Klaus. Was auf dem Spiel steht, ist nicht die Umwelt. Es ist unsere Freiheit. Wie hat Steve Jobs am Ende immer gesagt, eins habe ich noch. Die Erde, die Erdatmosphäre ist ein schlechtes Labor. Man kann die Atmosphäre nicht austauschen. Aber warum gibt es nicht schon längst einen, sagen wir 100 Meter hohen Klimaturm innen verspiegelt, um die Strahlung nicht verloren gehen zu lassen. Beheizbarer Boden, emulierende Strahler an der Decke. Und dann tauschen wir das Innere aus. Das kostet wie viel? Das kostet ein Prozent von dem, was Jens Spahn letztes Jahr für Masken ausgegeben hat. Oder? Man hätte innerhalb kürzester Zeit Klarheit über den Wahrheitsgehalt der Treibhaustheorie. Aber vielleicht ist das ja gar nicht gewollt. Vielen Dank, nicht nur für Ihre Aufmerksamkeit, sondern in erster Linie dafür, dass Sie da sind. Denn ohne Sie wäre diese Tagung nicht möglich. Vielen Dank, nicht nur für Sie.